Mein Name ist Klaus Just, ich arbeite bei der Firma SW Eurotrive in Bruchsal. Ich bin Gruppeleiter für eine Truppe von Automationsingenieuren, die Gesamtlösungen zusammen mit den Marktorganisationen macht. Und heute möchte ich Ihnen in meinem Vortrag etwas erzählen über 48 Volt Schutzkleinspannungslösungen, die idealerweise für mobile Applikationen geeignet sind. Und da im Konkreten möchte ich auf unsere dezentrale Controller vom Typ SCM eingehen. Sie sehen hier in der Präsentation ein Übersichtsbild von Schlüsselkomponenten, die in solchen mobilen Einheiten eingesetzt werden. Ich werde da jetzt in meinem Vortrag im Speziellen darauf eingehen. So, oben rechts sehen Sie so zwei Bilder von der Hardware, von diesen 48 Volt Systemen. Dezentrale Controller vom Typ SCM heißt sie und die gibt es dann quasi in Schutzklasse IP20, das ist das rechte Bild und links davon in IP54. Und wir haben schon sehr viele Projekte bei Kunden mit diesen Lösungen gemacht. Und was immer wieder dann in den Gesprächen mit den Kunden rauskommt, was ihnen sehr gut an der Lösung gefällt, ist einfach das Thema, weil wir sehr, sehr große Dauer- und Spitzeleistungen damit umsetzen können, dass die Lösung sehr kompakt ist, dass die sehr robust aufgebaut ist. Da haben wir immer Bauraumprobleme grundsätzlich bei solchen Transporteinheiten. Und was im ersten Moment nicht so rauskommt, aber was man natürlich, wenn die Kunden unsere Produkte einsetzen, auch sehr wertschätzen, ist die extrem hohe Performance und Regelgüte, die man mit diesen Geräten umsetzen kann. Also beispielsweise haben wir eine Palette Shuttle-Applikation gemacht, da war das Verhältnis zwischen der Lastträgheit und der Motorträgheit größer 1 zu 150 und dann auch nicht eine besonders steife Ankopplung. Und da muss man sagen, dass man extrem gute Performance-Regelgüte und Dynamik bekommen hat. Ein weiterer Aspekt, das sehen Sie hier auf diesen Bildern auch, dass man praktisch ausschließlich steckbare Anschlüsse hat, das heißt auch in Richtung Servicefähigkeit sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und es gibt diese Lösung dann einfach auch mit Hybridkabel, wo Leistung, Gebersignal und Bremse in ein Kabel entsprechend zusammengefasst wird und man nicht so große Kabelbäume entsprechend benötigt. Zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit verschiedenste Einspeisekonzepte umzusetzen. Wir haben in unserem Portfolio induktive Einspeisesysteme, das heißt bei uns Movitrans. Wir können direkt von Akkus auf die Geräte draufgehen, brauchen keine Umsetzung bis auf das Lademanagement. Wenn man jetzt in höhere Spannung geht, da muss man immer quasi umsetzen, weil meistens die Batterie eben halt auf Basis 48 Volt im Schutzkleinspannungsbereich umgesetzt werden. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit mit Doppelschichtkondensatoren. In Neudeutsch sagt man das auch oft Supercaps dazu, als Einspeisemöglichkeit zum Nutzer. Man kann natürlich auch klassisch über Schleifkontakte fahren oder man hat Kombinationen von dem Ganzen. Und was einfach bei den Kunden auch sehr gut ankommt, weil man einfach aus dem Gesamtsystem sehr viel Kosten auch herausnehmen kann, ist, dass wir sehr viele Funktionen, die im Normalfall in solche mobile Einheiten benötigt werden, reinnehmen können. Da gehört zum Beispiel das Thema dazu, dass man sehr viele digitale Eingänge und Ausgänge drauf haben und auch analoge Eingänge mit drauf haben. Da gehört dazu, dass wir ein 48 auf 24 Volt Schaltnetzteil mit integriert haben. Und das ist so groß beim Messer, dass man im Normalfall mit diesem Schaltnetzteil, die komplette Mobileinheit mit 24 Volt für alle dort benötigte Verbraucher zur Verfügung stellen kann, inklusive der Bremsansteuerung. Ja, das sind so die Hauptmehrwerte, die wir da sehen. Es gibt natürlich viele weitere, aber da muss man dann immer auf die jeweilige Applikation ein bisschen schauen, was für Sie da am wichtigsten ist. Rechtsunter sehen Sie ein bisschen auch das Thema Leistung, je nachdem, mit welcher Einspeisespannung Sie arbeiten und mit welchem Einspeisekonzept von der Hardware wir arbeiten, weil manchmal gibt es Einschränkungen, welche Ströme über entsprechende Stecker gefließen können, ergeben sich dadurch dann unterschiedliche Nenn- und Spitzenleistungen, die aber, wenn Sie sich das da angucken, dann knapp bis an die 3 kW herangehen. Ein bisschen was zur Technik, ich hoffe, das ist nicht so langweilig für Sie. 20 bis 60 Volt, die gibt es in zwei- oder vierachsiger Ausführung. Die zweiachsige Ausführung gibt es als auch Multiachsausführung mit Zwischenkreiskopplung für zwei, vier, sechs oder achtachser. Klassische Servomotoren, die bedient werden, Motorfeedback sind, im Normalfall Multiturne-Geber mit Protokoll Ender 2.2 oder Resolver. Als Streckegeber können wir zusätzlich auch noch TTL-Geber oder SSE-Geber zusätzlich einlesen. Über Nenn- und Spitzenströme habe ich schon ein bisschen was gesagt. Unser Standard Motion-Bus-System bei SW und auch hier in dieser Lösung ist EtherCAT, mit der wir dann quasi sehr, zum einen sehr dynamisch fahren können, aber einfach auch über eine interpolierte Lagerregelung dann zum Beispiel Roboter oder kinematische Achse sehr detailgenau dann entsprechend ansteuern können. Von der Sicherheitstechnik haben wir ein zweikanaliger STO-Mittrainer für Performance Level E. Applikationsfelder, die gibt es viele. Ich fange mal oberlinks an. Wir können damit Portal- und Handhabungsroboter machen. Zum Beispiel kann man mit unserer Steuerung vier Roboter oder vier Lauffahrer gleichzeitig auf einem Portal ansteuern. Und die Antriebstechnik, weil die so kompakt baut, auf 48-Volt-Technik, kann dann entsprechend mitfahren. Wir brauchen keinen riesigen Schaltschrank oder entsprechende große Schleppkette zu diesen fahrenden Robotern. Wir können damit Moversysteme machen. Was meine ich mit Moversysteme? Es gibt den Anwendungsfall, dass entsprechende Ladungsträger oder Produkte an Maschinen angedient werden. Manchmal fahren sie sogar durch Maschine durch und werden dann entsprechend durch Roboter abgenommen. Solche Lösungen kann man damit entsprechend umsetzen. Ein weiterer interessanter Anwendungsfall sind Manipulatoren. Mit dem Wort wird vielleicht nicht jeder etwas anfangen können. Da geht es einfach darum, man hat eine Mensch-Maschine-Kollaboration. Mit ganz viel Kraft kann der Maschinebediener ganz große Gewichte handhaben und kann damit zum Beispiel Batterie-Packs in der Automobilproduktion an das Karosserie-Andiener, um dann die Batterie dann entsprechend festzuschrauben. Heute werde ich in meinem Vortrag dann noch eher auf das Thema Paletta-Shuttle eingehen. Es gibt kollaborative Roboterlösungen, wo Mensch und der Bediener dann zusammenarbeiten. Ein sehr großes Anwendungsfall sind einfach Powertrain-Lösungen für HVs. Das heißt, wir stellen Ihnen die Komponente zur Verfügung, auch Software-Bausteine zur Verfügung und wir ermöglichen Ihnen damit, mit relativ überschaubarem Aufwand Ihre eigene HV oder Autonomous Mobile Robot AMR dann entsprechend umzusetzen. Es gibt zu diesem Paletta-Shuttle dann auch die Möglichkeit, Schwerlast-Shuttle zu machen oder Gepäck-Shuttles, also wo zwischen Terminals dann quasi Koffer, wenn Sie im Transit-Bereich sind, mit hoher Geschwindigkeit zu transportieren. Man kann kleinere Baumaschinen entsprechen mit Umsetzer oder Werkzeuge im Baubereich. Es gibt Spezialapplikationen wie Molche, wo in einem Rohr, wo man schlecht mit hoher Spannung arbeiten kann, sondern mehr im Schutzkleinspannungsbereich arbeitet, dann Automationslösungen entsprechend umzusetzen. Ein ganz groß wachsender Bereich, gerade im internationalen Umfeld, sind Agrarroboter, die auch im Normalfall Batteriebetriebe sind und mit denen man solche Lösungen sehr gut umsetzen kann. Und auch eine sehr interessante Schiene, Sie kennen den Trend mit der Mega-CDs, wo kein Platz mehr in der Stadt drin ist, wo die Leute aber trotzdem noch Fahrzeuge haben, wo man dann quasi am Anfang des Parkhauses das Auto abgibt und dann sucht sich das Auto selber seinen Stellplatz und dann kann man Platz optimieren, dann sehr viele Autos auf kleinem Platz unterbringen und dafür nutzen wir auch zum Beispiel diese SCM-Lösung. Ganz konkret möchte ich mal auf einen Anwendungsfall eingehen, das ist in dem Fall ein Palettaschern, Meistens sind die Palettenhaber so eine Euro-Palettengröße mit 1,2 Tonnen zum Beispiel und die kann man jetzt zum Beispiel, jetzt in dem Fall ist es eine Fahne, Hubachse mit der SCM-Lösung Bediener. Die Speicherung der Energie, wenn man an der Gasse drin ist, erfolgt über unsere Supercabs und geladen wird es dann quasi am Heber oder am Regalbediengerät, wenn das Produkt, die Palette sprich übergeben wird oder herausgeholt wird. Da sind sehr viele Ladezykler mit diesen Supercabs möglich und dafür kann man die auch sehr, sehr gut einsetzen. Was ich hier in diesem Bild sehr schön sehe, ist, dass wir eben halt mit einem Strang durch die Maschine durchgehen mit EASERCAD. Nichtsdestotrotz haben wir mit unserer Steuerung die Möglichkeit, entsprechend TCPIP oder CAN oder PROFINET-Anbindung an andere Systeme zu übernehmen. Ein zusätzlicher Aspekt in konkret dieser Applikation war, dass der Kunde sicher begrenzte Positionen haben wollte, SLP, und da lesen wir einfach einen ganz normalen SSI-Geber mit einem Laufrad ein, um damit dann quasi diese SLP-Funktion entsprechend umzusetzen. Andere Kunden haben das dann quasi mit Linearme-Sensoren, mit Barcodes dann entsprechend umgesetzt. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und diese SSI-Geber kann man auch in der SCM-Lösung einlesen. Vielleicht, wenn ich mir jetzt dann die Mehrwerte einfach ein bisschen noch angucke, zum Thema Energiespeicherung vielleicht noch ein Aspekt dabei. Wenn Sie abbremsen in der Lösung, dann wird die Energie zwischengespeichert in einer Supercabs und damit haben Sie eine extrem energieeffiziente Lösung. Und zusätzlich können Sie sehr große Spitzenleistungen in der Applikation rausholen, ohne, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Schleifkontakten fahren, dass Sie damit dann quasi die Schleifkontakte über Gebühr strapazieren. Eine Applikation, die Sie jetzt hier sehen, ist bei einem Kunden in Österreich, der hat in diesem Fall ein Compact-Shuttle umgesetzt. Ein Compact-Shuttle besteht in diesem Fall aus vier Achsen, einer Fahrachse, einer Teleskopachse, einer Hubachse und einer Bandachse. In dem Video fährt es etwas langsamer, aber ist jetzt in dem Fall zugeschnitten, auf zwei Meter in der Sekunde. Was Sie jetzt sehen, da kann man quasi, jetzt hier sind drei Behälter drauf, das heißt, man kann dreifach tief entsprechend ein- und ausladen. Und das ist jetzt für höhere Lastgewichte bis 160 Kilogramm gemacht, also da kann man auch sehr schön solche Behälter mit Schraube oder so etwas dann entsprechend einlagern. Geladen wird es in diesem Fall jetzt über Schleifkontakte und den SSI-Geber lesen wir quasi in unserem Gerät entsprechend ein. Und noch eine zusätzliche Besonderheit in dieser Applikation ist einfach, dass wir den Lagerreglerkreis in der übergeordneten Steuerung, in unserem UVC-Controller-Standard in diesem Fall, dann entsprechend regeln mit einem Software-Baustein, der heißt Single-Access-Controller. Was in dieser Applikation softwaretechnisch auch sehr schön umgesetzt ist, ist die Möglichkeit, dass wir quasi unabhängig von der Anzahl der Gassen dann einfach die Barcodes immer gleich verwenden können und da haben wir eine sehr intelligente Mimik gemacht, mit der wir das umsetzen können. SEW ist für uns ein sehr wichtiger Systempartner. Unser gemeinsamer Anspruch nach höchster Qualität und nach individuellen Lösungen haben diese Systempartnerschaft zu Erfolg geführt. Die Zusammenarbeit mit FP war innovativ auf einem sehr hohen Level. Wir haben technologisch sehr viele Funktionen zusammen erarbeitet und nutzen können, unter anderem auch Hochgeschwindigkeits-Applikationen mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 Meter pro Sekunde. Ein bisschen was zu den Komponenten dazu. Wir haben eine entsprechende Palette an industrieller Servomotoren aus der Reihe CMP und CM3C, die, wie man unten in den Bildern sieht, komplett an unsere kompletten Baukasten an entsprechende Getriebe angebunden werden kann, Direktanbau oder über Adapterglocke. Und die gehen aktuell jetzt von der Dauerströme bis zu Lösungen mit 37 Ampere. Und damit kann man sehr viele Lösungen umsetzen, gerade wenn man jetzt sieht, dass man einfach, wenn man ein zweiter, dritter oder vierter Motor dann einfach auch noch mit anschließen kann, diese Antriebsleistungen dann einfach nochmal multiplizieren kann entsprechend. Die Motore gibt es standardmäßig aktuell mit Multiturn-Gebe auf Basis Ender 2.2 und sicher angebautem Resolver. Und von der Bremsenseite haben wir eine Spezialität. Am Marktüblich sind ja Haltebremse, die entsprechend, wenn der Antrieb steht, eine Bremsfunktion ausführen. Wir haben da aber auch jetzt 24 Volt Betriebsbremse, die einfach eine hohe Bremsleistung haben, wenn man auch in Notsituationen oder in Betriebnahmephase aus voller Drehzahl abbremsen muss. Als Abgrenzung nach unter in einem Leistungsbereich, so grob, kleines 750 Watt, bieten wir auch kleinere Servomotore, in dem Fall runde Servomotore an, mit einem entsprechend auch kleineren Portfolio oder von den Drehmomenten kleineren Portfolio an, an Flachgetriebe, an Winkelgetriebe, an Planetengetriebe, mit der man kleinere mobile Fahrzeuge umsetzen kann oder eben halt in einem größeren System entsprechende Hilfsachse dann auch entsprechend ausrüsten kann. Ja, unser Herzstück von unserer Lösung ist unser MOVC-Controller. Da haben wir in den Applikationen meistens drei Ausführungen. Das ist die Leistungsklasse Standard, Advanced und Performance. Und das hängt ein bisschen von Ihrer Applikation an. Zum Beispiel, wie viele kinematische Achse Sie in einem Roboter oder in einem fahrerlosen Transportsystem Sie haben und wie groß dann quasi das Programm ist, das Sie entsprechend umführen, wie die Ausführungen dann entsprechend sind. Zum Beispiel mit so einem MOVC-Controller Advanced kann man sehr schön ein Doppeldrehschemel-Fahrzeug mit vier kinematischen Achsen umrechnen. Das ist sehr einfach möglich. Sehr interessant an der Steuerung ist einfach auch das Datenhaltungskonzept. Das heißt, die ganzen Daten, die wir in der SCM zum Beispiel drin haben, die auch im Programm drin sind, die haben wir in einem Datenspeicher drin, eine SD-Karte zum Beispiel, wo wir quasi alle Applikationsdaten entsprechend abspeichern können und auch zentral zur Verfügung haben. Was an der Steuerung auch extrem interessant ist, dass es sehr flexibel ist von der Schnittstelle her. Das heißt, wir haben Anbindungsmöglichkeiten an übergeordnete Systeme in Richtung Rockwell mit dieser NetIP, in Richtung Siemens, mit Richtung Profinet. Wir können ja auch Komponente, die es aktuell im mobilen Bereich noch nicht auf EtherCAT und FSOE-Basis gibt, über Kernanbinder, das heißt, wir haben auch einen Kernbus mit auf der Steuerung drauf, ist ein richtiges Multitalent oder die Steuerung ist ein richtiges Multitalent, die wir da in unserem Portfolio haben. Zu unseren Steuerungen gehören natürlich auch entsprechende Safety-Steuerungen. Wir haben da sechs Typen in unserem Portfolio, die unterschiedliche Ausprägungen haben. Einige von uns sind FSOE-Master, das heißt, sie sind das Sicherheitsmaster in dem System drin. Und die schöne Geschichte dabei ist, man kann die ganze mobile Einheit mit einem Kabel automatisieren. Da kann man dann einfach auch FSOE-Laserscanner anbieten, man kann FSOE-Geber anbinden, man kann sichere Klemmer anbinden und das ist quasi in unserem System mit verheiratet. Was da auch noch ganz interessant ist, wir haben auch Lösungen entsprechend dann mit entsprechend Gebereingängen, wo man zum Beispiel ein klassischer Resolver einlesen kann, um damit zum Beispiel eine sichere Drehzahl oder eine sichere Drehrichtung umsetzen kann. Und das können wir dann eben sprechen mit diesen Steuerungen, auch Umsetzer. Und interessant dabei ist, die gibt es auch in Ausführungen mit ProfiSafe an übergeordnete Anlagersteuerungen. Ein wichtiger Aspekt an unserem System ist, dass wir einfach auch in Richtung Energieeinspeisung sehr viel bieten. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel unsere dezentrale Einspeisung TES. Dezentral deswegen, weil sie nicht im Schaltschrank sitzt, sondern direkt an der Anlage drin sein kann. Und die quasi die Einspeisung für punktgespeiste oder liniergeführte induktive Energieversorgungssysteme verwendet wird. Unten sehen Sie eine entsprechende Feldplatte, die die Energie zur Verfügung stellt. Und der Übertragerkopf, in dem Fall für 60 Volt, maximal 60 Volt Spannungsebene, der fährt quasi mit mit der Mobileinheit und übernimmt dann entsprechende Energie bei entsprechender Übergabestelle. Neben diesem Aspekt haben wir das Ganze auch liniergeführt. Das heißt, da wird ein Kabel durch die Anlage oder die Applikation geführt. Und da hat man dann dauerhaft die Energie über diesen Übertragerkopf dann auf der Mobileinheit zur Verfügung. Und last but not least haben wir halt auch entsprechende Speicher. Super-Cup-Speicher, EKV-Module heißen die entsprechend bei uns. Die gibt es in unterschiedlichen mechanischen Aufbauformen, die zugeschnitten sind in diesem Fall für diese Schutzkleinspannungsapplikationen. Ein interessanter Nebenaspekt dabei ist, die Überwachung, die da jetzt mit eingebaut ist in diesen EKV-Modulen, was Spannung angeht, was Temperatur angeht. Diese Überwachung können wir dann auch direkt anschließen in den SCM-Lösungen und wird von denen dann auch entsprechend mit übernommen. Und auch ist dann auch auslesbar oben entsprechend in der Steuerung. So, in Betrieb nehmen wir die SCM-Lösungen mit einem Inbetriebnahme-Tool, das heißt Multi-Axis-Startup. Das ist integriert in unserem IEC-Editor, recht nah beim Maschinenprogrammieren und auch sehr schnell zu erreichen, sehr schnell umzusetzen. Es ist sehr einfach, eine Inbetriebnahme umzusetzen. Gerade wenn man jetzt auch so Applikationen hat, wie zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, mit diesen großen Lastträgheitsmissverhältnissen. Und zusätzlich bieten wir dann quasi standardisierte Schnittstelle, wie unsere Multi-Motion-Schnittstelle und auch entsprechende Software-Bausteine, zum Beispiel um eine kinematische Regelung dann entsprechend umzusetzen oder entsprechende Positionierungen durchzuführen. Und da sind wir sehr nahe an dem Prozess dran. Und das können Sie ja quasi in Ihrer Applikation entsprechend dann direkt mit einbinden. Und es ist eine sehr schöne Möglichkeit, um Ihnen die Arbeit und den Einstieg zu erleichtern. Zusammenfassend, was ich Ihnen da mitgeben möchte, ist, wir haben eine sehr schöne Lösung, was Platzbedarf angeht, wo wir extrem kompakt bauen. Wir können extrem hohe Dynamik erfahren, deutlich mehr, wie was ich jetzt aktuell so am Markt immer momentan noch sehe in entsprechenden Bereichen. Die Lösung, die wir erarbeiten, ist wirklich zugeschnitten auf diese mobile Applikationen, im Schutzkleinspannungsbereich. Wir haben die große Nenn- und Spitzenleistungen. Das Ganze ist skalierbar. Sie können bei uns anfangen bei dem Getriebe. Sie können den Getriebemotor beziehen. Sie können die Antriebsachse mit dem Getriebemotor beziehen. Sie können den Motion-Controller dazu von uns bekommen. Sie können die komplette Automationslösung von uns bekommen. Und dann haben wir eben auch noch unser Service und unser Software-Portfolio, was wir Ihnen dann einfach auch noch mit andienen können. Wir arbeiten mit standardisierten Lösungen. Das heißt, wir haben einen standardisierten Motion-Boost EASYCAD mit einem standardisierten Safety-Protokoll, Failsafe over EASYCAD. Und auch die Anbindung an die Achse erfolgt über den Standard CAN in Automation, Drive-Profil, DS402. Das gibt Ihnen einfach die Zukunftssicherheit, wenn Sie so unterwegs sind, dass Sie da auf der richtigen Richtung liegen. Und was auch noch sehr interessant ist, dass wir eben halt auch diese ganzen Schnittstelle für Mobileinheitungen in Richtung Kern zur Verfügung stellen, aber auch in einer zu anderen Steuerung oder übergeordneten Steuerung mit standardisierten Failbus-Protokollen. Ja, das war so ein kleiner Überblick, den ich Ihnen geben wollte dazu. Kommen Sie auf mich zu, kommen Sie auf unsere Vertriebsmannschaft drauf zu. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Vielen Dank.